Hilfe! Es gibt ein Feuer auf der Baustelle! Frank! Wirst du das Feuer löschen? Oh nein! Jemand ist im Feuer gefangen! Frank! Beeil dich! Dr. Sick? Hast du Frank einen Streich gespielt? Oh nein! Dr. Sick hat Frank hypnotisiert und steuert ihn mit einer Fernsteuerung! Frank! Hör auf, Dr. Sick! Frank wird in der Stadt für Chaos sorgen! Hey, was ist denn hier los? Dr. Sick kontrolliert Frank! Du musst ihn aufhalten, Super Truck! Es ist Zeit, sich zu transformieren! Toll! Das Polizei-Auto wird Dr. Sick stoppen! Zeit zum Aufgeben, Dr. Sick! Oh nein! Frank ist immer noch hypnotisiert! Das ist zu viel Wasser! Das Haus wird überflutet! Oh nein! Daines Räder stecken im nassen Sandkasten! Lass uns zuerst Dane helfen, Super Truck! Gut gemacht! Vielen Dank für deine Hilfe, Super Truck! Jetzt lasst uns die Schuldigen finden! Das ist gefährlich! Jemand könnte ausrutschen! Vorsicht, Walter! Die Straße ist glitschig! Oh nein! Bist du okay, Walter? Die Straße ist zu nass! Walter kann sich nicht bewegen! Die Polizei wird dir helfen, Walter! Lass uns Walter helfen, wieder auf die Straße zu kommen, damit er seine Kuchenkisten ausliefern kann! Danke, Super Truck! Aber was ist mit Walters Kuchenkisten? Was hat Dr. Sick jetzt vor? Hör auf, Frank! Die Reifen werden rutschig! Oh nein! Vorsichtig! Die Reifen rollen zu schnell! Passt auf, Baby Trucks! Tu etwas, Super Truck! Ja! Du kannst den ST3000 benutzen! Ein Wasserwerfer! Gute Wahl, Super Truck! Oh nein! Du musst sie aufhalten! Du bist zu weit weg, Super Truck! Versuch, näher heranzukommen! Schnell, Super Truck! Du musst den Baby Trucks helfen! Gut gemacht, Super Truck! Die Baby Trucks können jetzt die Straße sicher überqueren! Pass auf, Super Truck! Pass auf, Super Truck! Du musst Frank aus seiner Hypnose wecken! Frank ist nicht mehr in Hypnose! Tolle Teamarbeit! Du gehst nirgendwo hin, bis du das Chaos beseitigt hast, Dr. Sick! Sieht aus, als hätten wir Helden auf dieser Mission! Gut gefangen, Super Truck! Gut gefangen, Super Truck! Bebs hat Ben geholfen, Strohballen einzusammeln! Dann haben die Kinder Boxspring gespielt, was dazu führte, dass der Boden zu matsch wurde! Jetzt kann sie ihre Arbeit nicht fertig machen und sie will Ben nicht enttäuschen! Oh nein! Sie hat einen Platten und kann nicht mehr arbeiten! Ha! Untertitelung des ZDF? Ach so, wer vor der Witz ist. Ha ha! Ha ha! Ja, ha ha! Oh! Stimmt, die Straße muss zuerst repariert werden. Kinder, das reicht. Schaut nur, wie dreckig ihr euch gemacht habt. Ihr könnt nicht einfach stürmen, wenn jemand bei der Arbeit ist. Schaut nur, wie traurig Babs ist. Ja, Kinder sind nun mal Kinder. Eine Dampfwalze? Wozu wirst du das benutzen, Super Truck? Ah, verstehe. Du machst den Boden wieder gerade, damit Babs wieder darauf fahren kann. Gute Idee, Kinder. Ihr solltet ihnen helfen. Gut gemacht, Super Truck. Jetzt kommen wir wieder zur Scheune hin. Wow, Super Truck ist echt stark. Gut gemacht, alle zusammen. Aber Babs kann ohne Reifen nicht weiterarbeiten. Es ist schön, dass ihr euch bei Babs entschuldigen wollt. ST-3000? Aha. Der Laser? Klasse! Sie sind repariert. Haha. Gut gemacht. Haha. Ja, ich habe auch keinen Dinosaurier aus heuer erwartet. Was für ein toller Tag. Hi, Karl und Massimo. Was für ein toller Tag, um mit dem Strandball zu spielen. Aha. 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 Oh, das ist ein ernster Wettkampf. Aha. Aha. Jemand braucht deine Hilfe, Karl. Du fährst besser gleich nach Hause. Aha. 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 Es sind Rocky und Baby Rocky am Flughafen. Sie schauen so verängstigt aus. Was sehen die beiden? Oh nein. Es ist Babs. Sie wird von ein paar Ballons davongetragen. Sie ist wirklich hoch oben. Was ist, wenn sie in den Tower fliegt? Oh. 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 Baba. Oh. Oh. Sie braucht eindeutig deine Hilfe, Karl. Aha. 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 Hast du einen Raumanzug? Oh. Oh. Du wolltest dir helfen, zum Mond zu fliegen? Oh. An Ballons? Oh. 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 Aber Babs fliegt immer noch davon. Oh. 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 Oh nein. 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 Ein super Greifer am Truck? Glaubst du, du kannst sie fangen? Rocky, es ist zu gefährlich! Stopp! Oh, nein! Super Truck, du bist spitze! So, jetzt lasst uns Bubz wieder auf die Erde holen. Aber wie? Hey, hey, hey! Der Laser? Super Truck, ist das nicht ein bisschen riskant? Nun, das ist ein brisanter Ansatz, aber es funktioniert! Eine weitere klasse Rettung heute, Super Truck! Hast du Babs mit zum Aussichtspunkt genommen, damit sie sich den Himmel anschauen kann und so tun kann, als wäre es im Weltall? Das ist ein schöner Traum. Ein schöner Satz neuer Reifen. Das sind neue Reifen von Massimo? Die sind super, Karl! Das Signal, Karl! Jemand in der Stadt braucht Hilfe! Schnell! Die Kinder haben eine geheimnisvolle Spur aus Legos gefunden. Sie folgen ihr, um herauszufinden, was an ihrem Ende ist. Aber sie ignorieren dabei völlig den Verkehr. Das könnte tragisch enden. Hilfe ihnen, Super Truck! Kinder, stopp! Das ist zu gefährlich. Schaut doch die anderen Autos. Sie könnten euch aus Versehen rammen. Ich weiß, ihr wollt wissen, was am Ende dieser Spur ist. Aber ihr müsst das auf eine sichere Art und Weise machen. Super Truck! Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, in was du dich verwandelst. Ja, ciao! Junior, bin ich gewesen. Soll ich nochmalad Julius? Für mich, ich weiß, dass du dich wenn du dich verwandelst, warst du dich rein. Oh-oh-oh! Ja, ich weiß. Spaß! Moin Ernst? Ich gehe das vor, was am Ende. Ich werde das vor, was war für mehr Schauke! Ich werde dich noch mehr, was wir heute WeChatus. Ich werde mich nicht verletzt. Ich werde mich überraschauen. Ich werde mich in Geräusch. Ich werde mich freuen, wenn du dich einfach überrasst, in den Um Ja, warum, was ich überrasacaksın? Ihr seid eine große Hilfe, Kinder. Gut gemacht. Warum hast du aufgehört, Supertruck? Das wird eine neue Straßendekoration. Okay, weiter geht's mit unserem Abenteuer. Oh, schaut, es ist eine Schatztruhe. Danach haben wir gesucht. Oh, schaut, es ist Gary. Hi, Gary. Oh nein, der Ballon fliegt davon. Die Schatztruhe wird rausfallen. Supertruck benutzt den SC3000, um sie zu retten. Oh nein, sie fällt auf Gary. Oh, das war knapp. Du bist in Sicherheit, Gary. Nun, schauen wir nach, was drin ist. Es ist ein wunderschöner Strandball. Spielen wir damit. Danke, Supertruck. Du hast wieder mal den Tag gerettet. Willkommen zum Car-City-Rennen. Ein starkes Rennfeld tritt gegeneinander an. Walter, ist es Zeit für das Startsignal? Bist du okay? Matilda führt. He he he. He he. He he. He he. He he he. He he he. He he he. Can she this put it on? He he? Did you do? Oh sure. Oh ja. Oh ja. Oh ja. W śήklung. Woh ja. Woh. Oh ja. He he he. Hey, hey. Ah, cool. Proko mal hat das Rennen aber schnell aufgegeben. Was für eine Aufholjagd. Eine Abkürzung? Das ist Schummeln, Krokomeil. Marley verliert die Kontrolle. Oh nein, ein Hindernis wartet auf die Autos. Oh nein, überall fliegen Pancakes. Pass auf. Mathilda geht es gut. Fahr weiter, Supertruck. Seht aus, als wären Edna und Brooke unaufhaltsam. Das wird immer spannender. Ein Feuerring? Das wird immer schwerer. Was ist mit Edna los? Super Move. Oh, es ist die offene Brücke, vor der du Angst hast, oder? Keine Sorge, Supertruck wird dich mit dem Abschleppseil sichern. Brok und Krokomeil müssten mittlerweile an der Ziellinie angekommen sein. Oh, warte. Du hast immer noch eine Chance. Egal, ob man gewinnt oder verliert, die Freundschaft kommt zuerst. Sieht aus, als wären Mathilda und Marley wieder im Rennen. Du hast geschummelt, Krokomeil. Supertruck, du hast vielleicht das Rennen verloren, aber den Respekt deiner Freunde gewonnen. Ja, 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 ja.